Ding ist wieder rausgekommen direkt. Kevin und Marvin, die Prank-Roll-Chatton. Sonne, Sonne. Herbüji, Herbüji. Kud ist da. Er ist locker aktiv in den Chat, Leute, wenn ihr grüßt werden wollt. Oh mein Gott. Alter, der Stalken zieht so ein Stalken hier. Hey, Leute, ich bin normal. Egal, wir gehen zur Location, wir sind gleich da. Ja, man, wir wollen ja einfach in die dritte. Alle 30 Minuten rum, ey. Der wollte damit, glaube ich, sagen, dass er uns beobachtet. Safe, Mann. So, wenn man damit die ganze Zeit sagen will, aber... Jo, war so ein Vogel. Ey, nicht, dass uns wieder die Fledermäuse hier verfolgt haben. Wir haben uns hierhin. Auf jeden Fall, da ist der Skaterpark, Leute. Aber hier ist auch eine geile Fläche. Okay. Okay, Leute, während wir hier auf dem Weg sind, grüßen wir noch Lina. Du hast die Locke aktiviert. Danke dafür. Ich gönne dir. Lina, ich gönne dir. Ich gönne dir. Nehmen wir auch einen aus meinem Chat. Es wird gegrüßt. Dion 94 Wien. Boom. Danke, dass du Hashtag Locke aktiv in den Chat geschrieben hast und sonst nichts gemacht hast. Wer auch vor sich begrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Blog aktivieren und... Ihr müsst folgen auf Twitch. Kennt ihr einfach Lügen? Ihr müsst folgen, dann werdet ihr gegrüßt. Nicht. Wir brauchen nur noch 39 Follos, dann haben wir 271 K. Nehme ich mehr. Schreibt einen Kommentar mit Hashtag Locke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video von uns gegrüßt zu werden und natürlich eingewertet zu werden. Viel Glück. Yes, auf jeden Fall. Hier ist die Location. Was ist die Location? Sollen wir im Skaterpark machen? Oder einfach hier auch? Hier ist ein schöner... Ja, Mann, erst mal. Alter, wie creepy sind die Schaukeln hier. Yo. Alter. War das ein Vogel? Ja, Mann, ich sehe den sogar da hinten. Labe. Ach, krass. Das angehört wie ein Mensch, Alter. Yo, Leute, hört sich das nicht an? Ah, Mann, ich schaffte den Gifts ab, mein Bruder. Ja, Mann, ist das ein... Der Gamer ist da hier irgendwo in der Ecke steht, wo dahinter. Und der Baum gleich vorkriegt. Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Da hört sich mal die Vögel zwitschern. Ja, Mann. Es geht auf die 4 Uhr zu. 4 Uhr wird es langsam hell. Leute, neues Format. Ja, Mann. 4 Uhr morgens Challenge. Oh, das ist schön beleuchtet eigentlich. Ja, Mann. Hier, Mann. Genau. Können wir auch, glaube ich, die Cam gut aufstellen. Da machen wir ja. Ja, dann geht's los, ne? Anscheinend. Ja, Mann. Dann sagen wir, wir sind bereit. Schreiben den einfach. Genau. Und gucken, was kommt. Schreibt den einfach. Wir sind bereit. Genau, schreibt den, wir sind bereit. Wir sind... ...bereit. Oder breit. Breit und bereit. Breit und bereit. Breit gebaut. Breit und bereit. W's Prank Bros. Das ist mein so, Leute. Ist so. Immer breit sein, Leute. Ja, Mann. Leute, momentan auch Road to Prank Bros. Breit sein, Schett. Road to Prank Bros. Breit sein. Noch lange nicht da, aber Road to. Road to heißt auf dem Weg dahin. Holstein, Alexis. Dankeschön für den Zap im Ersten. Oh, der hat direkt eine Memo gemacht. Echt? Spiel doch. Damit hat Marvin geantwortet. Boah. Gute Frage. Ich glaube nicht. Leider nicht. Eigentlich musst du Hauptkanal, auf Hauptkanal nochmal eine Ansage machen, Schett. Oder? Damit die das safe mitbekommen. Voice Memo. Warte, warte, warte. Okay, ich mach Handy laut. Okay. Okay, wir noch mal. Die erste Challenge wird sein. Weiter. Na, weiter. Benni, danke für den Prank. Benni. Benni, die Benni, die Benni. Und Walid und du, danke für den Gifsa. Wo sollen wir starten? Können wir uns eigentlich aussuchen, ne? Können wir uns aussuchen. Okay, Luther, wir gucken jetzt, von wo wir werfen. Ja, Mann. Sollen wir von hier oben? Können wir mal kurz gucken, wie das von da oben aussieht? Freunde, nehmen wir den Ball. Könnte eigentlich gehen, ne? Ja, Mann. Bis da hinten hin leuchtet. Eigentlich können wir die Taschen aber auch hier hinlegen. Genau, haben wir ja so ein bisschen. Bis da hinten sehen. So, Freunde. So sieht das aus, wenn wir hier oben stehen. Genau, legt ihr mal hin. Weiter zu hoch. So. Genau. So ist das perfekt, oder? Ich würde auch sagen, good fit, ne? Sieht man da das? Ja. Ja. Ja, jedes Video ist einfach nachts bei dir. Können wir ein bisschen heller machen? Nur, ich habe eine Idee. Der, der erster wirft, der geht zu... Kann ernst sein, Chad. Die sind in Urlaub und haben vorher in einer Nacht sechs Videos gedreht. Kann ernst sein. Zu der Stelle, wo der Ball steht. Okay. Und nimmt die Kamera und filmen von da. Ja, ich frage mich gerade, ob es einfach ist, dass wir beide da hinten die Wand erreichen. Aber wir werden ja sehen, ne? Ich glaube nicht. Also wenn, dann kurz davor. Die sind sogar im Urlaub. Aber der rollt ja auch, der Ball. Miträumen oder ohne? Theoretisch. Müssen wir mitmachen, sonst können wir es nicht messen, eigentlich. Ja, mit, ne? Okay, okay, okay. Alles klar. Okay, Freunde. Wer fängt an? Schnick, schnuck, schnuck. Ja, schnick, schnuck. Okay. Was sag? Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich fange an. Okay, er ist gewonnen. Fängt an. Dann machen wir den Ball. Handball. Dein Wurf beginnt. Der meint, der kann gut werfen. Er hat Handball reingespielt. Du meinst, komm bis hinten hin? Mal sehen. Was, wenn wir bis hinten hin? Komm schon mal aus. Also mitrollen jetzt? Der rollt ja weg. Ja, der wird rollen, ne? Das ist das Blöde. Oder wo der aufkommt. Wir sagen, wir müssen uns ungefähr merken, wo der aufkommt. Oder ich stelle mich da eigentlich hin. Aber dann müsste ich die Kamera jetzt hier festmachen. Oder du nimmst die Kamera mit nach da. Dann wartest du lieber gegenüber, ne? Besser, Leute. Genau. Bis gleich. Alles klar. Marvin wirft. Ja. Okay. Ein Wurf einfach. Ja. Ein Wurf. Und ich gucke, wo es ungefähr aufkommt. Okay. Ja, bis jetzt mal hier. Was hast du da treffen, Jack? Ja, ich markiere es kurz. Hier aufgekommen. Marvin kommt jetzt. Boah, wie stark die Klappe blendet, ey. Genau hier. Okay. Jungs, krass, danke für den Giftsack im Sitten. Viel Glück, Mann. Weitschuss einfach, so weit wie möglich. Die Dings blendet einfach mies. Okay, viel Glück, ne? Danke dir. Einfach da hinstellen eben die Dings. Aber hat man mich überhaupt werfen sehen? Ja, das hat ein bisschen geblendet. Ja, deswegen. Aber ich muss ja irgendwie... Junge, das... Die Taschenlampe ist ja aber so stark. Das sieht aus wie bei Harry Potter. Als er den Patronus macht in Teil 3. Ganz am Ende, wo er denkt, er hätte sein Vater gesehen. Nur ganz wenige kennen das. Nur die Harry Potter Junkies. Kannst du eigentlich ausmachen? Ja, ja. Okay, Leute. Calvin wirft jetzt. Eben hat die Dings ein bisschen geblendet. Aber ich habe bis hierhin geworfen. Jetzt ist Calvin dran. Okay, let it go. Oh, die haben es ausgemacht. Gucken, ob der weiter wirft. Ich habe gewonnen. Leute, ich war viel weiter. Okay, viel weiter. Okay, erste Challenge habe ich gewonnen. Ich habe weiter geworfen. 1-0 für mich. Nein, das war es mir doch nicht. Glückwunsch. Thanks. Okay, wir warten ab, gucken, was die zweite Challenge ist. Warten wir mal ab, Leute. Ja, Mann. Okay, Leute, ich habe eine Memo bekommen. Gucken, was er sagt. Glückwunsch, Marvin. 1-0 für dich. Die zweite Challenge wird sein. Du musst von einem Gegenstand in einen Gegenstand reinwerfen. Jo, was? Hm, was ist denn hier in der Nähe? Da ist ein Mülleimer. Wir könnten von diesem Gegenstand, von diesem Baumstamm hier oder was das sein soll, in den Mülleimer reinwerfen. Okay. Okay? Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Okay, okay, okay. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Bam, ich fange an. Wer zuerst trifft, gewinnt, oder? Gewinnt. Oder hat sie dann eine gewisse Anzahl an... Hat er nicht gesagt. Ich würde sagen, wir machen es jetzt unter uns aus, wer zuerst trifft. Wer zuerst trifft. Genau. Wenn wir beide treffen, dann wärst du zweimal zuerst. Genau, genau. Ja, Mann. Easy Sache. Okay, fängst du an? Komm, diesmal fängst du an. Von wo? Von der Kante hier oder von besser weg? Können wir jetzt aussuchen. Müssen halt gleiche Bedingungen haben. Das wäre vielleicht ein bisschen eifert von hier, ne? Ich glaube, so eifert ist es nicht. In den Mülleimer hier. Ich glaube, so eifert wird es jetzt nicht. Warte, aber jederzeit muss man das ausschöpfen. Wenn ich jetzt treffe, habe ich dann gewonnen oder darfst du auch noch? Mein Ego sagt, wäre ich jetzt direkt geschafft. Dann darf ich auch. Jeder immer ein Versuch, immer wechseln. Okay. Je nach machen, wie er will. Okay, beides geht. Wie ihr denkt. Wow, was? Was? Alter. Oh, okay? Ich hoffe, da sind jetzt keine Junkie-Nadeln drin oder so. Oh, süß. Da, ein bisschen Gis. Stark, danke. Bisschen was? Ich hoffe, da sind jetzt keine Junkie-Nadeln drin oder so. Oh, süß. Da, ein bisschen Gis. Aber er war nicht abgeturnt von dem, was er anscheinend gesehen hat. Er hat noch viel schneller reingegriffen. Bisschen Gis. Das war so ein, das war nicht so ein, das war so ein, das war so ein. Stark, danke, dass ich den angegissen war. Ja, ein geschehen, Mario. Ein paar Mal antitschen, ein bisschen. Ange? Ich habe ihn ja leider auch angefasst. Bisschen Bolzen. Bisschen umfalten, Freunde. Ja, Mann, bisschen. Bisschen den Gis abmachen. Yo, Bruder, ja nice, Digga. Ich konnte halt einfach Gis. Den Gis. Ja, gut. Nice. Bruder, Gis. Bisschen entgissen. Ja, okay, Bruder. Ja, Leute. So schnell gewinnt man hier eine Challenge. 1 zu 1. 1 zu 1. Wir warten mal auf die neue Voice vom Gamer. Er macht jetzt in letzter Zeit oft Voice. Ich bin gespannt, was die nächste Challenge ist. Ich war auch gespannt. Okay, wir warten ab. Wir warten ab, Leute. Hab ich geschrieben? Der hat wieder eine Memo gemacht. Okay, was sagt der? Okay. Ausgezeichneter Rufkirche, aber noch hast du nicht gewonnen. Ich habe vergessen zu reden. Jeder hat 5 Versuche. Wer öfter trifft, gewinnt. Habt ihr das verstanden? Wer öfter trifft, gewinnt, hat 5 Versuche. 5 Versuche. Also einen hatten wir jetzt, jeder. Okay, dann hat jeder noch 4. Jeder noch 4. Oh mein Gott. Okay, okay. Willst du deine 4 erstmal durchmachen? Abwechseln oder durchmachen? Ja, dann können wir auch jeder seine erstmal durchmachen. Können wir auch. Okay, dann war ich jetzt auf 4 und danach du. Oder abwechseln, ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Das ist auch ein Ansprüchen. Darfst du uns jetzt überlassen oder was? Ja. Können wir abwechseln machen. Okay, machen wir. Wir machen abwechseln. Für die Spannung. Ja, dann hätte ich klappen können. Ja, ich hätte es dir auch gegönnt, aber hast du doch Pech. Wird gar nichts. Willst gewinnen. Boah, die ist schwer. Jetzt kann ich gucken, wie das gemacht ist. Nee, aber um die so ethischen Musik mal lenken. Zweiter Versuch. Fünf von Harry Potter. Der Teil. Alter. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Ah ja, ich bin, ne? Können wir es ab? Okay. Next try. Ruf Nummer 2, Marvin. Du hast von dir gemacht, ne? Ja. Okay, ready? Go. Oh, Bremse. Boah. Alter, in die Bremse rein. Ja, mach mit meinen. Ich habe eine dünnere Hose als du. Das dickere. Wieder rein jetzt. Ja, das dickere. Ich kriege ein Stück. Mach jetzt. Ich habe echt dünne Hose an, Mann. Die ist voll dünner Stoff. Ja, okay. Ich muss. Irritiker. Sollte sein. Kommt hier. Okay, dritter Versuch, ne? Versuch hier zu stehen. Kann ich direkt abfangen. Genau. Alles drauf? Jo. Freunde, Nummer 3. Oha. Sehr gut. Sehr gut da drin. 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 Viel Glück bei Woche Nummer 3, Marvin. Sicher. 2-0 ist wie du? Kevin, du bist gut. Ja, Mann. Ich muss. Ich muss Gas geben, Bruder. W. Kevin, Chad. Ich kann das jetzt. Versuch's mit Gas, Bruder. Jetzt mein Vierter. Ja. Okay, Vierter. Ich glaube, das ist echt dein Challenge. Nein, vielleicht können wir das, ne? Ja, aber... Auch wieder so ein Gefühlsding, ne? Ja, Mann. Heute mit Gefühlen. Stark. Egal. Ich habe noch... Was hat zwei, ne? Zwei Versuche. Eigentlich muss ich sie verwerten. Du musst sie jetzt machen, Chad. Ich muss sie machen. Und ich muss jetzt vermasseln. Ja. Also, dann ist es vorbei, ne? Ich glaube auch nicht. Das ist der letzte Wurf. Habe ich Stream wieder beendet aus Versehen? Ich glaube, ich habe wieder Stream beendet aus Versehen. Nein? Nee. Weil ich habe... Kennt ihr das? Wenn ihr Leertaste drückt, macht das den letzten Knopf, den du ihr gemacht habt. Ich habe Doppel-Leertaste gemacht. Da stand kurz Stream beendet und wieder angefangen. Okay, nice. Ich bin wieder da, Leute. Digga, es switchern schon die Vögel im Hintergrund. Es switchern schon Vögel. Wenn ich jetzt verliere... Gebt alles. Daumen hoch. Gebt Daumen hoch. Digga, das heißt, die haben ehrlich eine ganze Nacht durchgedreht. Und ja, deswegen sind die Videos so lang gezogen. Merkt ihr das, Chad? Die haben an einem Tag alles durchgedreht. Aber W´s Prank-Roth, die gehen in den Urlaub, ziehen einen Tag komplett durch. Boah, ich brauche mit der Hand noch gerettet. Natürlich sind die Videos dann ein bisschen mehr Ass, aber trotzdem krass. Aber wir machen unsere fünf Würfel, damit wir den Gamers nicht verärgern. Ja, okay, komm. Ehrenwurf. Ehrenwurf. Ehrenwürfel. Ich will einen Ehrenträfer wenigstens noch schaffen. Für die Ehre. Für die Zuschauer. Will die was auf die Augen bekommen. Boah, Kiel, du machst es schön hoch, ne? Alter. Ich habe eben nicht so hoch gemacht. Du bist echt gut. Ich habe ein Gefühl. Akkurat bist du. Bist du. Akkuraten Wurf hast du. Du hast echt gut akkurat, ja? Ja, Mann. Handball-Bundesliga-Kopf, Digga. Kannst du auch nochmal versuchen. Kiel ist sehr hoch geworden. Okay, ready? Go. Wow. Stabil. Digga, die beiden sind jetzt in einem anderen Challenge. So im Müll. Die waren in den ganzen anderen Challenges, Fußball, Handball, so im Müll. Aber Basketball können die komischerweise. Ich frage mich, woran das liegt, Digga. Ich habe es abgeguckt. Wenigstens hochwerfen. 3-1. Wenn ihr akkurat treffen wollt, hochwerfen. Spass. Egal. Daumen hoch dafür, Leute. Ja, Mann. Kicht. Du hast gewonnen, ne? Egal. Freunde, warten, bis ihr gerne eins schreibt. Gleich. Leute. Der Gamehouse hat geschrieben. Beziehungsweise wieder eine Memo gemacht. Der macht jetzt die ganze Zeit Memos. Herzlich in der Deutsch-Käle. Es steht als 1-1. Die letzte Tür, ich würde sagen. Hand hochhalten. Beziehungsweise Faust hochhalten. Ihr macht eine Frust. Ihr versucht so oft nicht zu halten, wie möglich. Okay, krasse. Jeder hat auch wieder drei Versuche. Man versucht einfach so zu machen. Okay, drei Versuche hat jeder, ne? Faust hochhalten. Also so, ne? Duft du... Okay, noch nie gehört. Okay, soll ich den Schluck machen, wer anfängt? Faust hochhalten. Also so, ne? Duft du... Okay. Wie? Zeig nochmal. Okay, drei Versuche hat jeder, ne? Faust hochhalten. Also so, ne? Duft du... Okay. Leute, so, Leute. Duft duft du... Noch nie gehört. Okay, soll ich den Schlick-Sack-Schnuck machen, wer anfängt? Ähm, ja, Mann. Machen wir wieder Schlick-Sack-Schnuck. Drei Runden. Okay, okay, okay. Are you ready? Messers, geht eigentlich gar nicht. Ernst. Okay. Ready? Ja, Mann. Digga, als ob die jetzt ehrlich die ganze Zeit so machen. Schlick-Schnack-Schnuck. Boom. Willst du anfangen, oder? Ich fang einfach mal an. Bringst du Glück. Okay, okay, okay. So, wie kann man stehen lassen, oder ich halt die lieber? Okay, halt fest. Falls der Ball ein bisschen fliegen geht, ne? Schau mal. Leute, also so ne Faust, dann machen wir einfach so, okay? Genau. Einfach so. Eins, und dann fängt's an. Also erster Kontakt zählt als eins. Ja. Wie viele Versuche hat jeder? Drei. Können auch wieder abwechseln machen. Viel Glück, Bro. Viel Pech, Bro. Okay. Du zählst, oder ich? Drei. Ich zähl selber. Viel Pech, Bro. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwölf, dreicon, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Boah, man! 24? Boah! 24? Ja! Krass. Okay. Nice. Leute, ich kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt gut war oder schlecht. Das sehen wir jetzt an Marvins Leistung, ob das gut war. Ja, man. 24 war das, ne? 24. Let's go, dicker. Okay, ready? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, Digga, das war ja richtig S. Drei und ein Kopfball. Okay, okay, okay. Okay, ich bin ja schon dran, ne? Ja, der zählt nicht weiter. Egal, mach. Okay, war mal abwechselnd? Ja. Alles klar. 24 muss getoppt werden. Easy. 4, 5, 6, 7, 8, 7. Irgendwie hat mein weißer Hodi mich abgelenkt, weil das alles weiß. Das ist nicht alles weiß, Bruder. Okay, 7, also 24. Zählt noch. Ach so, wir zählen hier mal dann drauf? Ne, ne, dein Rekord zählt. Ah ja, 24 weiter, ne? Die Fäuste sind schwarz. Die Prankbros Fäuste auf dem Pullover. Genau, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab grad aufgewärmt. Jetzt wird's ernst. Wir werden sehen. Jetzt wird's ernst, okay. 1, 2, 3, 4. Ey, die Kamera blendet, Mann. Ah, die Kamera blendet wirklich, Leute. Blende der Extremen. Mama runterholt. Sollen wir nochmal wiederholen? Was war das mit Voice Crack? Kamera blendet, Mann. Ah, die Kamera blendet wirklich, Leute. Blende der Extremen. Mama runterholt. Sollen wir nochmal... Mama runterholt? Dicker, was war das mit euch? Die Kamera blendet, Mann. Ah, die Kamera blendet wirklich, Leute. Blende der Extremen. Mama runterholt. Sollen wir nochmal wiederholen? Mama runterholt. Okay, ich hab das erst mal ausgemacht, ne? Oder blende ich das auch noch? Muss so stehen einfach. Okay, okay. Ist das zu viel? Oder soll ich mal ausmachen? Es geht aber auch aus. Mal runter einfach. Okay. So runter wie es geht. Okay, nochmal einen Versuch. Ja. Wenn es trotzdem Müll ist, dann hab ich halt verkackt. Okay, Leute. Das ist eins. Dicke, okay. Das war echt Müll. Ähm. Hat der ja viel Glück gemacht. Drei. Vier. Fünf. Dicke, Alter. Marvin ist so ass, Bro. Das ist geisteskrank. Okay. Sagen wir, das war mein zweiter. Hab ich verkackt? Dein zweiter war das dann, ja? Komm, jetzt letzter. Okay. Also ich weiß, wie du das 24 da hinbekommen hast, aber... Wie gesagt, Handball-Bundesdicke. Ich weiß, okay. Faustball-Bundesdicke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fünf. 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 Okay, Leute. Ich hab nur eine Chance, die Challenge zu gewinnen. Leute, Alter. Wie soll ich 24 schaffen, Alter? Okay, Marvin. Letzter Versuch? Letzter Versuch, Mann. So. Kein Lichtblendig. Kameras komplett hier aus, ne? Oder ganz leicht. So aussieht sie nicht, aber... Ja. Alles gut, alles gut. Okay. Eins. Zwei. Vier. Verdammte Scheiße, Alter. Leute, war frohst du, dass wir abgelassen werden? Ja, ey. Der Summel. Ja, mal gucken, wie der Game Master jetzt zusammenfasst. Ich hab ja eigentlich gewonnen, ja. Ich hab gewonnen. Es wird ehrlich, ja. Die haben die Nacht aber durchgemacht. Ja. Oh. Marvin, wo bist du? Hol doch den Ball. Marvin. Typ, wo bist du? Wo ist der Ball, Mann? Huh. Jo. Ach du Heilige. Marvin ist weg, Leute. Äh. Huh. Oh mein Gott. Bruder, warum macht der Game Master einmal so goofy Sachen, Digga? Erstmal klaut er den Ball auf einmal, schmeißt er den Handball auf den Boden. Als wäre er sauer, ne? Oh. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. 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 Hey. Hey Junge. Fortsetzung folgt ist echt crazy. Also, ich hab ehrlich das Gefühl ich gucke One Piece. Aber ehrlich diese, hm. Mitten im Leben Variante von One Piece. Wisst ihr wie ich meine? Bro. Wie Fortsetzung folgt? Es gab doch noch gar nichts richtiges. Bist du soochen tollen avanz. Ich hab recht das Gefühl. Vielen Dank.